yo leute was geht herzlich willkommen zu meinem neuen youtube wieder auf meinem kanal heute leute werde ich mir den neuen street worm mags gehen holen erst mal leute ich die meisten wissen ich heier diesen skin creator called dukass ist natürlich am start und leute ich habe gerade ein bisschen legs weil ich gerade ein bisschen draußen bin also ich bin gerade von der schule nach hause gekommen ich habe das gesehen und leute ich werde mir jetzt auf jeden fall den street worm mags gehen holen auf jeden fall sehr sehr nice leute auf jeden fall ich habe gerade mega mega leicht wird man sagen schon mal diese gratis münzen ab und ja leute auf jeden fall da ist ja auch schon dieses teil also angebot teil dass man das jetzt holen kann okay ich würde sagen gesicht habe ich jetzt gescannt so leute ich würde mal sagen wir holen uns jetzt auf jeden fall den skin jetzt sollte noch die andere benachrichtigung kommen okay da ist hier auf jeden fall leute wir können uns jetzt auf jeden fall den street worm mags gehen holen alter ich bin so gottverdammt gehypt alter ich finde es ging sau nice irgendwie schreibt mal gerne in den kommentar feiert ihr auch diesen skin ich feier den sehr und ja leute auf jeden fall ich feier einfach den skin und ich würde mal sagen leute wir holen uns den jetzt auf jeden fall ab let's go leute oh mein gott dicker warum habe ich so hart so ich würde mal sagen 3 2 1 go nice leute sehr nice auf jeden fall wir haben jetzt endlich mal den street web mags den alter mega mega nice leute alter würde gehen jetzt mal auf mein profil bei mags wir haben jetzt nicht nur zwei skins sondern drei boom dicker alter leute schreibt wie gesagt gerne mal in den kommentaren feiert ihr diesen studio maxgen ich heihe den auf jeden fall sehr leute das würde mich sehr interessieren wenn ihr das im chat treibt ansonsten würde ich sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne abonniere geste leute ich werde auch jetzt probieren ein bisschen mehr videos hochzuladen wenn es keine live-schwingen macht und ja leute damit würde ich sagen das was mit dem video auf jeden fall lasst gerne like da aber nicht gern diesen kanal und wir haben gerade die 6 760 abonniere ich erreicht vielen vielen dank auf jeden fall und ich würde sagen wir sehen uns dann auf jeden fall wieder beim nächsten video dabei ich fühle auf jeden fall ciao